Was wäre denn, wenn so viele Menschen den Basilikum deswegen so mögen und so oft und so viel essen, weil wir instinktiv wissen, dass er uns gut tut? Hallo ihr Lieben! Mit Wildkräutern befasse ich mich ja schon ziemlich lange im Selbststudium und jetzt habe ich mal geschaut, was diese ganzen schönen Küchenkräuter und Gartenkräuter eigentlich so können, mit denen ich mich die ganze Zeit ja auch befasse. Wer schon eine Weile zuschaut, weiß, dass ich dieses Jahr ein paar Kräuter ganz, ganz viel angebaut habe an verschiedensten Standorten und Ecken, einfach damit an ein paar Ecken ganz viel davon gelingen möge, weil sie mir dieses Jahr besonders wichtig sind. Einer davon ist der Basilikum. Vielleicht essen ja so viele Menschen den Basilikum so gern, weil sie ihn instinktiv als Heilmittel anwenden. Basilikum. Übersetzt heißt das der Königliche oder auch das Königskraut. Wenn wir wollen, dass etwas italienisch schmeckt, dann darf Basilikum keinesfalls fehlen. Ob das in der Pasta ist oder auf der Pizza, der gehört auf jeden Fall mit dazu. Die Südländer wussten schon, was gut tut. In den Klostergärten durfte der Basilikum auch keinesfalls fehlen, schon in alten Zeiten. Und auch heutzutage lohnt sich ein Blick auf die Wirkweise und die Anwendung des Basilikum als Heilmittel. Der Basilikum ist auch viel vielfältiger, als wir das aus dem Supermarkt kennen. Ich habe einfach mal kurz geschaut und ganz schnell sechs verschiedene Sorten entdeckt, die ich ausprobieren will. Der normale Genovese, den wir kennen, ist da auch dabei. Aber auch ein Lilaner, beziehungsweise eine blaue Sorte. Der Thai-Basilikum ist dabei. Und dann noch Zitronennote, Zimtnote und einer mit Vanille. Die schmecken alle nach Basilikum, aber eben mit unterschiedlichen Abstufungen. Und im Freiland habe ich auch diesen rund, buschig wachsenden. Das ist der griechische Basilikum mit seinen kleinen Blättern. Den finde ich fast am dankbarsten. In der Verarbeitung, aber auch vom Geschmack und den Aromen her. Eigentlich müssten unsere Apotheken voll mit Kräutertöpfen sein. Aber da hätten ja die Pharmakonzerne nichts mehr zum Patentieren. Der Basilikum lässt sich auch ganz leicht zu Hause im Topf auf der Fensterbank anbauen. Da braucht man gar keinen großen Garten oder ein Kräuterbeet. Das geht überall. Ich habe zum Glück noch ein paar ältere Kräuterbücher. In den neueren ist der Basilikum hier und da nämlich rausgefallen. Aber in meinen älteren Exemplaren steht er so ziemlich zwischen dem Barbarakraut und auch dem Beifuß. Und beides sind natürlich interessante Kräuter, die bei mir auch wachsen. Und in einem anderen Werk steht davor der Bärlauch. Der ist natürlich auch nicht nur durch seinen Geschmack ganz interessant, sondern der kann natürlich auch echt viel. Wenn ihr Kresse mögt, zum Beispiel die Gartenkresse oder Kapuzinerkresse oder auch die Brunnenkresse, dann schaut euch unbedingt mal das Barbarakraut an. Die wird nämlich auch Winterkresse genannt. Ich finde die total spannend und man kann sie jetzt noch aussehen. Und die ist winterfest. Der Basilikum kommt bei uns natürlich in allererster Linie frisch mit auf den Teller, in den Tomatensalat, auf die Tomatensauce, zum Schluss auf die fertige Pizza. Und so verleiht er jedem Gericht einen richtig guten Geschmack. Er ist allerdings nicht winterfest. Das heißt, man kann ihn zwar im Topf auf der Fensterbank dann noch ganz gut anbauen, aber wenn ich den haltbar machen will, dann eignet es sich eher da draußen, schönes Pesto zu machen, hier im Mix mit vielen anderen Gartengewürzkräutern oder ihn eben auch einfach einzufrieren. Ob in Schraubgläsern oder in Tupperdosen oder in Plastitüten. Dann nehmt ihr einfach, was ihr gerade da habt. Der Basilikum gehört zu den Lippenblütlern. Das ist sowieso eine Pflanzenfamilie, die ganz interessante Aromen hervorbringt und deswegen auch den Basilikum so spannend macht als Küchen- und Gewürzkraut. Aus Basilikum kann man natürlich auch einen Tee zubereiten aus frischen oder getrockneten Blättern. Ich mag ihn getrocknet nicht so sehr, hat dann irgendwie nur noch die Aromen von getrocknetem Heu, also Gras. Auf jeden Fall mag ich ihn lieber frisch. Da kann man natürlich einfach in eine Teemischung mit reintun oder einfach mal einen puren Basilikum-Tee ausprobieren. Das ist durchaus ein Experiment wert, einmal um den Geschmack zu probieren, zum anderen aber auch, wenn man Blähungen hat oder zu Darmkrämpfen leidet. Aber auch eine gute Wirkung auf die Psyche ist dem Basilikum und seinen Aromen nachgesagt. Ihr habt sicherlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Gerüche einen Einfluss auf uns haben. Sie erinnern uns an etwas, sie können auf unsere Stimmung wirken und natürlich kann auch der Basilikum seinen wohltuenden Duft in dem Sinne so ausströmen, dass er uns einfach wohltut. Bevor wir also Räucherkerzen oder Duftöle kaufen, reicht es, Basilikum im Topf oder im Garten anzubauen und mal an den Blättern ein bisschen zu reiben. Und dann kommen diese tollen Aromen und Duftstoffe auch hervor und können uns wohltun. Der Basilikum spielte auch schon im alten Indien eine interessante Rolle in der Heillehre des Ayurveda. Der Basilikum ist übrigens einer der allerbesten Eisenlieferanten, die wir uns ganz einfach im Garten oder eben im Blumentopf auf der Fensterbank selber anbauen können. Falls ihr unter Angstzuständen leidet oder ab und an Migränekopfschmerzen habt, dann kann ein Basilikum-Tee richtig gut helfen. Diese tollen ätherischen Inhaltsstoffe des Basilikum helfen aber auch bei allen möglichen Sachen, die so im Bauchbereich wehtun können. Ob das Menstruationsbeschwerden sind oder auch Verdauungsbeschwerden. Der Basilikum-Tee kann sich auch richtig gut auf den Darm auswirken. Also wenn ihr da Beschwerden habt, probiert es gerne auch mal aus. Aber auch auf die Knochen wirkt der Basilikum ganz fördernd. Der enthält auch ganz viel Calcium. Und gerade so bei Osteoporose oder Kindern, wo mit dem Knochenwachstum ein paar Probleme herrschen, die könnten mal nach dem Basilikum schauen. Der Basilikum kann auch äußerlich angewandt wirken. Wenn ihr zum Beispiel Pilzinfektionen zu stellen habt an der Haut, die nicht gut heilen wollen, zu Exzeme, dann kann man zwei, dreimal am Tag die Blätter des Basilikum einfach zerreiben und den frischen Pflanzensaft auf die betroffenen Stellen auftragen. Und dann entfaltet der Basilikum auch da äußerlich angewandt seine wohltuende und heilende Wirkung. Der Basilikum ist auch im Anbau nicht sonderlich schwierig. Ich schaue, dass der etwas nährstoffreichere Erde bekommt als die anderen Kräuter, denn der hat ja schon so ein bisschen Bedarf. Deswegen ist es immer eine ganz gute Mischkultur, den auch so zu den Tomaten zum Beispiel zu setzen. Die vertragen sich nicht nur im Speiseplan und in der Küche gut, sondern eben auch im Beet. Manchmal ist hier schon gut zu erkennen, wenn ihr in die Blüten gehen will. Ihr habt auch schon gesehen, ich lasse ihn richtig gerne auch mal blühen. Das ist auch eine richtig schöne Bienenweide. Und ich habe so viel Basilikum. Da kann man auch den Insekten noch ein bisschen was abgeben. Ansonsten seht ihr schon immer, dass hier unten noch mehrere Triebe rauskommen. Ich nehme hier einfach immer den Haupttrieb raus. Das sind meistens auch die Spitzen dabei, bei denen man schon sieht. Ah, die blühen bald. Und da unten wächst es dann umso buschiger nach. Und so haben wir immer einen schönen Nachschub an Basilikum. Und alleine der Duft hier, das riecht schon nach Gesundheit, nach Italienurlaub. Das riecht nach Nudeln, das riecht nach Tomatensauce, das riecht nach Calabrese. Lasst's krachen, Leute. Der Basilikum ist ein absoluter Traum. Ich pflück mir jetzt noch ein bisschen Basilikum. Vermutlich wird das wieder in einem schönen Tomatensalat landen oder auch in einer feinen Tomatensauce. Die können wir uns dann im Winter auch nochmal holen und haben so den Sommergeschmack frischer aus dem Garten nochmal auf dem Tisch. Es gibt noch viele Pflänzchen im Garten, die echt viel mehr können, als wir so meinen mögen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch in die weiteren Videos dazu reinschauen. Habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.